Die WM 2014 und Euro 2016 hatte Royce wegen Verletzungen verpasst. Das soll in SEM ja nicht passieren. Bis zur in drei Monaten Beginnenden WM will sich Royce seit seiner Rückkehr am 10. Februar bereits drei Tore in acht Spielen für den WVB-Schoss erheblich steigern, auch wenn ich jetzt ganz gut zurückgekommen bin. Weiß ich, dass ich noch viel Luft nach oben habe. Es wird sicherlich noch ein paar Monate dauern, bis ich wirklich wieder bei 100% bin. Probleme bereite ihm unter anderem noch der hohe Spielrhythmus mit zuletzt acht Spielen in 29 Tagen. Aktuell fällt es mir noch schwer, 90 Minuten zu spielen, so Royce. Video, Rummenigge grinst, Heinkes Frageweg, warten wir doch mal. Bis zum nächsten Mal.